Kleine reifende, ja kann man schon sagen, viereckig fährt, kleine Bretter, aber das macht ja nicht vor allem. 14 Meter quasi, am Weltmeister, die höchsten Formel 1-Wertrechte an aller Zeiten. Löser-Bumpen-Wertrechte. Ich denke, ja, alles gut. Normalerweise, ja, bei Ihren Ingenieuren eher ein großes Stück für uns neue Lieben in Berlin. Jetzt, wo wir endlich wieder einen Weltmeister im Silberhaus haben. Hier sehen wir ihn. Und er fährt, ja schon, wir haben ja vorgekommen. Und er fährt, und er fährt, und er fährt, und er fährt. Und er fährt, und er fährt, und er fährt, und er fährt, und er fährt. Vor allem.